Ja, genau. Halber! Also gut, da kann's weg dauern. Mal schauen, solange ich da bleibe. Liebe Dame, lieber Herr. So, jetzt kommt ein Liedl von Johnny Kech. Also, beziehungsweise... Oh, in Wirklichkeit ist es von uns. Er hat's gesungen, weil wir es sich erlaubt haben. Das Liedl hat es bei uns daheim. Ein Zeugliedl. Und es ist Samstag, es ist nichts los. Nichts läuft am Fernsehen, was macht man bloß? Wir gehen am Zeug, da sitzen wir alle zusammen. Ja, ja, so ist's. Bei uns daheim. Ja, ja, so ist's. Bei uns daheim. Bei uns daheim. Ja, ja, so ist's. Bei uns daheim. Ja, ja, so ist's. Ja, ja, so ist's. Bei uns daheim. Bei uns daheim. Ja, ja, so ist's. Ja, ja, so ist's. Bei uns daheim. Ja, ja, so ist's. Ja, ja, so ist's. Bei uns daheim. Ja, ja, so ist's. Bei uns daheim. Ja, ja, so ist's. Ja, ja, so ist's. Bei uns daheim. Ja, 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 so ist's. Ja, ja, so ist's. Ja, ja, so ist's. Bei uns daheim. Du musst geholt daheim. Du hattest ein Zehner in der Gitarre gegeben. Hattest du's gehört? Das erste Mal, das erste Mal, wenn die Techniker in der Samen reich sind, hat ein Zehner in die Gitarre gegeben. Ja, 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 ja.